Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und das hier ist eine kurze Atemübung zum Entspannen. Wir starten mit einem bequemen aufrechten Sitz. Guck, dass du was findest, wo du wirklich ganz entspannt sitzen kannst. Vielleicht auch auf dem Stuhl oder auf dem Kissen. Und wenn du magst, schließt die Augen. Und komm hier erstmal an. Schaukel klein von links nach rechts oder vor und zurück. Pendel dich dann langsam in der Mitte ein. Atme tief ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Und nochmal tief ein. Und aus. Ein letzter ein. Und aus. Und dann lass dein Atem ganz entspannt weiter fließen. Und bevor wir in die Atemübung gehen, schaffen wir erstmal ein bisschen Platz für den Atem. Lass dafür deinen ganzen Körper weich werden. Ohne dass du deine aufrechte Haltung aufgibst. Guck mal, ob du so weich und beweglich werden kannst. Dass dich jeder Atemzug ein kleines bisschen bewegen kann. Dich klein anhebt mit der Einatmung. Und wieder sinken lässt mit der Ausatmung. Mit jeder Einatmung kannst du dir ein bisschen mehr Platz schaffen. Und mit der Ausatmung noch weicher werden. Wir werden gleich unsere Ausatmung ein bisschen länger werden lassen. Und starten damit gemeinsam. Egal wo du gerade in deiner Atmung bist. Atme einmal aus. Und atme ein. Halt oben ganz kurz. Und atme aus. Und aus. Nochmal. Ein. Kurz halten. Und aus. 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 Und nach für dich weiter. Nass die Ausatmung immer ein kleines bisschen länger werden. Guck, dass du die passende Dauer für dich findest. Und entweder machst du in dem Tempo weiter. Oder du verlängerst die Atmung noch ein kleines bisschen. Und gehst da mit mir mit. Atme ein. Halte kurz. Und wieder aus. Aus. Ein. Halten. Und aus. Ein. Halten. Und aus. Noch mal ein. Und aus. Und atme für dich noch weiter. Und aus. Und aus. Und konzentriere dich ganz auf deine Atmung. Eine mittelschnelle Einatmung. Und eine ganz langsame, allmählige Ausatmung. Und passt dir das Tempo der Atmung so an. Und dann musst du immer noch ganz weich und entspannt atmen kannst. Nicht drücken oder ziehen musst du in der Atmung. Und dann muss die Atmung immer noch ganz alleine fließt. Ein bisschen schneller ein. Und langsam und ruhig aus. Und dann löst dich langsam von dieser Atmung. Und komm zurück zu deinem weichen, ganz entspannten Atem. Und lass den Atmung einfach nur passieren. Beobachte den Atmung beim Fließen. Und guck, wie er einfach nur passiert, ohne dass du irgendwas dazu tun musst. Und zum Abschluss atme tief ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Und noch mal ein und aus. Und ein letzter ein und aus. Und wenn du soweit bist, öffne langsam, glinzeln die Augen. Ich hoffe, die Atmung hat dir gut getan. Und dann nimm dir auf jeden Fall Zeit, das auch ein paar Mal für dich zu üben. Finde dein eigenes Tempo. Und lenk die Aufmerksamkeit einfach auf deine Atmung. Spür rein. Was sich für dich weich und entspannt anfühlt. Und wenn du das regelmäßig machst, über einen längeren Zeitraum, wirst du merken, dass die Atemzüge von ganz alleine, ganz locker und entspannt immer länger werden. Und eine längere Atmung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die tut gut, ist super gesund. Also bleib dran. Es macht unglaublich Spaß. Also, habt einen schönen Tag. Ich freue mich drauf, bald wieder mit dir zu üben. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020